Dort einschränkt! Der Flammenwerfer erstmal auswählen. Leck mich doch am Arsch! Okay, aktuellen Speicherstand laden. Ja okay, aber jetzt weiß ich wenigstens, wo die herkommen, die Leute. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen, ne? Und vor allem dann auch wieder nervig, ne, wenn's darum geht. Ja, ich schaff das Spiel, ohne jemanden zu töten. Die stehen einfach an Stellen. Vor allem, wenn man dann auch am besten beides versucht, ne? Ohne jemanden zu töten. Plus, dass man, äh... Also, also, dass man keinen Menschen töten möchte. Plus, dass man selbst nicht stirbt. Das wird auf jeden Fall ein interessanter Durchgang. Ja, ja, bla 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 bla. Bla 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 Wir dürfen uns nicht nochmal entkommen lassen, komme, was wolle. Also ich habe es gerade nicht geschossen, nur so als Info-Alien. Red ich mal um, 180 Grad vielleicht. Alter. Ja, leck mich doch am Arsch, das ist doch unfassbar. Oh Gott. Natürlich möchte ich den aktuellen Speicherstand laden. Ich hasse es, ich hasse es wirklich wie die Pest. Oh Gott, oh Gott. Okay, Entschuldigung, ich habe mir das Spiel aber selbst ausgesucht. Das Spiel ist ja auch geil, vor allem wenn es auch funktioniert, aber ich hatte einfach die Geduld nicht für. Macht mich wahnsinnig. Ich dachte lieber so ein Mixed Stealth wie bei Metal Gear, wo man sich trotzdem flott voranbewegen kann, wo man das Equipment hat, ne. Schön. Aber das war auch der Grund, warum ich bei Metal Gear Solid 4 nicht den Platzentrophäe geholt habe. Weil für Big Boss hätte ich halt schnell sein müssen, plus mich nicht sehen lassen. Oder dürfte mich da nicht sehen lassen. Und da sind die ganzen frustrierenden Stellen, die in dem Spiel auf Ende auf einen warten, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, das ist ja noch gar nicht berücksichtigt. Ich bin doch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Geminella-Boren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Hey, fürs Deathkram ist mir meine Zeit zu schade. So. Dip, 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 dip. Wollen wir durch. Wie gut sind eure Augen da hinten? Ich werde noch nicht angeschossen. Boah, ich komme ja auch noch hier lang. Was soll denn das? Schüpp-du-du-du-du-du. Das ist total beschissen. Was haben wir denn hier? Komm, wir dürfen doch mal reinigen, ne. Oder auch nicht. Steht da noch wer? Nee, ne. Hallo? Warum sieht der Strom aus? Ja, ich bin doch schon weg. Ich bin weg. Keine Sorge, ich bin weg. Alter Vater. Oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um jetzt hier hinzukommen. So, Aufnahme beginnen. Also im Endeffekt habe ich mich nur einmal kurz durch die, äh, durch die Server gekloppt. Wurde dann wieder befreit von Ricardo. Also bisher bin ich nicht produktiv heute, auf jeden Fall. Heiliger Bim Bam. Ich bin in Gemini, Waits. Ich würde mir wünschen, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe zu haben, ne. Stell den Zugang zum Vertrieb wieder her. Ist in Ordnung. Also Ruhe heißt für mich, Menschen können von mir aus ein paar kommen. Oh, ein toter Android. Äh, mit den Syntheten würde ich mich auch noch irgendwie arrangieren können, bestimmt. Rest brauche ich nicht. Lass mal schneiden, okay. So. Viele Zugänglichkeiten haben wir jetzt hier erstmal ohnehin nicht. Aber jetzt kann ich erstmal wieder mein Geräusch hören. Nein, doch nicht. Das wäre eine Umverkabelungsstation gewesen. Erstmal speichern. Oh, ist das gut. Ist das gut. So. Ja. 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 Ich mag das auch oben rechts, dass es einfach so ein Tape ist. Zum Hören. Ey, das ist auch nichts. Ah, okay. Transit System. Hi! Wir sind Freunde, ne? Okay. Auf jeden Fall tötest du mich nicht. Da freue ich mich ja schon drüber. So. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Also Flammenwerfer-Munition würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen, klar. Bin ich dabei. Und hier war ich glaube ich auch noch nie, ne? Ne, das sieht nicht so aus. Ah. Okay. Hier ist ja alles zu. Jetzt ist aber erstmal keine, keine Gefahr. Oh, Ethanol. Gerne. Das tut mir nicht weh, ne? Ne. Oh, ne Karte. Sehr gut. So. Achso, gehen wir nochmal hier hin. Einfach nur damit, dass ich das Kreuz auf der Karte hab. Ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, ne? ... die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay. Genug Rede jetzt, Waits. Das sieht auch auf jeden Fall nach teurem Zeug aus. Ich würde mir auf jeden Fall ein bisschen mehr wünschen, dass auf der Karte, das hab ich euch auch schon achtmal gesagt, aber ist egal, äh, erkennbar wäre, wo ich schon war und wo noch nicht. Also zumindest würde das bei meinem Orientierungssinn, in Anführungsstrichen, helfen. Wenn man das so bezeichnen kann, das, was da bei mir im Kopf rumfleucht. Aber viel Interessantes finde ich hier bisher noch nicht. Achso, das war nur zum Verstecken. Verstecken. Was haben wir hier drin? Oh ja. Flametroher. Flammetroffer. Ah, ne Kamera. Haha, haha. Oh, Plasmaschneider. Geil. Aber eins nach dem anderen. Jetzt hab ich's fast vergessen. Oh Gott. So, was haben wir denn? Kamera fiel erstmal aus. So. Den brauchen wir nicht. Er hat schon wieder kein Gesicht mehr. Ah, okay. Den nehmen wir schon mal. Plasmaflamme verfügbar. So muss es sein. Ich bin hier aber noch nicht fertig. Das heißt, von der Theorie her, ne, so ein bisschen Metroid-mäßig könnten wir jetzt in den ganzen alten Bereichen, zurückgehen und gucken, wo wir jetzt mit dem Plasmaschneider weiterkämen. Wo wir dann auch viele, viele Sachen finden werden. Äh, aber da wir jetzt halt noch nicht alles haben, weil auch unser Sicherheitsgenerator kann ja nochmal geabgewählt werden. Pipapo. Da müsste ich hin. Okay, verstehe. Äh, macht das jetzt auf jeden Fall in meinen Augen zumindest noch keinen Sinn. Also, Prinzip ist wahrscheinlich das gleiche wie bei der normalen Lötlampe. Genau. Kann man die Plade rausschneiden. Und dann darf ich wahrscheinlich nochmal mit meinem Sicherheitsgenerator ran. Richtig? Lass das doch erstmal abkühlen, bevor du jetzt mit deiner Hand da reingehst, ey. Der hat da voll Schiss echt. Es muss so warm sein. Oh. Oh, dunkel. Aha. So. Noch eine weitere Karte. Ups. Lalalalala. Nehmen wir vorerst einfach mal in der EMP-Mine. Ich glaube, unser Elektroschock ist hier eigentlich auch ganz geil. Was haben wir denn hier? Hurtig. Hurtig. Fehler, EA-Fehler. Siegsen-Finanzierung. Mit Bedauern teilt Ihnen Siegsen mit, dass Gemini Explo-Planet Solutions keine weitere Finanzierung erhalten wird. Siegsen trägt keine Verantwortung für die laufenden Verträge von Gemini Personal. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Stilllegung der Anlage und was dies für Sie bedeutet. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle persönlich für die mit uns verbrachte Zeit danken. Stromversorgung. Einige von Ihnen haben nach einer Unterhaltung mit dem Manager Fragen hinsichtlich der Stromwiederherstellung. Sollte Strom im Vertriebsbereich benötigt werden, wie etwa in Notfällen, können Sie auf die Wartungssysteme, die in diesem Code zugreifen. 8897. Hinweis, diese fordert weiterhin Absprache mit Ihrem Vorgesetzten und darf nicht unautorisiert durchgeführt werden. Okay. Ich habe nur ein Piep-Piep gehört. Mein Controller hat vibriert. Okay. Mal kurz eine Serviceanfrage. Ich schätze mal, da kommt wahrscheinlich ein Typ, der mich töten will, vorbei, ne? Bitte wählen Sie an Dienstbereinigung von Gefahrengut. Wartungsproof und Geräte. Check-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsanruf ist unterwegs. Ah, ist hier auch noch aliens unterwegs? Ach Gott. Wir sind C12. Sind wir hier in C12? Sieht verdammt danach aus. Es ist so dunkel, ne? Aber dann kann der uns ja eigentlich auch nichts sehen. Ah, jetzt kann ich mich an dem vorbeischleichen. Macht das auch Sinn? Weil der ist jetzt hier nämlich weg. Weg, genau. Aber hier fix an den Computer ran. Überschuss, Stromversorgung, die Vertriebsabteilung ist überflüssig und wird demnächst außer Betrieb genommen. Wir werden... So kreischst du rum, bevor du was machst hier, ey. So, mach fertig hier. Äh, wir reduzieren die Strom... Wir werden die Rundschule für reichszeitlich angepasst reduzieren, da für Betriebsfächer gebraucht wird. Wir befragen, wenn sie sich mit an ihren Vorgesetzten. Ich hab leider nicht genug Zeit. Scheiße. Das ist da hinten jetzt. Okay. So. Ja, bitte. Taptalda! So muss das sein. Wo finde ich die Leistung von der Waits? Da ist einer in den Analyselabor. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Oh. Hilfe. Tup-tudu! Da ist ne Leiter, die hochführt. Sicher jetzt erst. Lass ich wieder um? Muss auf den Schwanz achten. Hopp. Gut. Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup. Es ist zu schlecht. Es ist zu schlecht. Okay. Okay. Egal. Ich? Nein. Was ich bin? Ich bin nur ein Schatten deiner Fantasie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Taschenbobbenbatterien brauch ich nicht. Brauch ich wirklich nicht. Okay. Boah, muss das denn sein? Das kommt nicht zu mir. Das ist schon mal gut. Du hast mich nicht gesehen. So, jetzt haben sich ganz viele Wege wahrscheinlich geöffnet. Ihr öffnet von uns. Aus Gründen der Vollständigkeit würde ich eigentlich gerne fast zurückgehen wollen, ne? Achso, soll ich wahrscheinlich sowieso, ne? Hm. Okay. Das hier ist ja jetzt nicht notwendig, aber... Ich hoffe, dass das LED-Netz nicht nochmal reinkommt, hier um die Ecke. Das ist gerade jetzt abgehauen. Wir haben es gerade gehört, ne? Dass es in die Wiffelschacht hochgegangen ist. Das darf jetzt noch nicht passieren. So, einfach nur, damit es offen ist. So. Gut. Ähm... Ja, ich denke... Gehörig hier anfangen, ne? Das geht... Das führt ja auch wieder zurück. Hm. Ja. Da ist nix drin. Was war da? Ach, klettern. Ach, das sind so Wartungsschächte. Ach so. Jetzt rall ich das erst. Ne. Okay. Wir gehen aber erst mal in den anderen Raum rein. In das Depot. Und gerade sage ich, ich will jetzt nicht wieder, dass ich direkt mit einem schönen doppelten Lächeln begrüßt werde. Das will ich nicht so schön finden. Luft scheint hier einigermaßen rein zu sein. Auch da geht's wieder nach oben. Ah, ich würde sagen, wir bleiben erst mal unten. Ah, ein Speicherpunkt. Sehr, sehr nice. Das ist wirklich gut. Scheiß drauf, Gefahr ist nicht nah. Ja gut, ich mag sagen, nah sein, aber... Stört mich jetzt nicht sehr. Gut. Gehen wir erst mal in den Rechner. Leider, ich bin in den Saug sitzen, okay. Der lebt noch. Ich kann nicht durchsuchen. Ich wusste es. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Töte ihn einfach. War's das mit dir? Hat sich gelohnt. Wir können mal ein Medipack nehmen. Medipack nehmen, hab ich gesagt. Und... Was ist's? So. Dann können wir nämlich direkt ein neues bauen. Zack, zack, zack. Fupp. Ups. Entschuldigung. Ich glaube, wir fahren dann auch aus Versehen mal nachgeladen. Okay. Gut, hier unten sind wir eigentlich soweit sauber. Ja, aber dann können wir jetzt mal nach oben klettern. Klettern. Mal gucken, ob hier jetzt auch wieder einfach nur ein kleiner Lüftungsschacht ist. Oh, ist da drin. Aha. Oder kommen wir jetzt hier vielleicht sogar mal weiter. Wär ja auch schön. Oh, hier kann man sich sogar aufrecht drin bewegen. Schau mal einer, guck. Elektroschokoladung. Es gibt hier so viele praktische Goodies, die ich einfach nicht verwende, ne? Aber weil ich da auch einfach irgendwie so den richtigen Moment nie erkenne. Äh, halalala. Nein! Nein, 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 nein. Scheiße! Fuck. Ah. Ja, 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 ja. Okay. Ja, das war ja auch ein bisschen unfair, ne? Also, ich sag mal, die Kamera, ne? Ich glaub nicht, dass das Elgin auf die Kamera geguckt hat. Ach so, nicht rennen. Jetzt kommt das Elgin wieder. Hier, komm. Hö, warten Sie. Bla, 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 bla. Ja, ja. Du hast geschlafen. Also, erzähl nicht so einen Driss. Gleich spieg ich eben nochmal. Zack. Dankeschön, was hast du? Ja. Impfpistole. Ist gut. So. Wollen wir einfach mal nachladen, bevor die irgendwann mal leer ist. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Oh, Gott. Können wir denn hier irgendwas schon machen? Energieflusses. Können wir nämlich irgendwas aus der Hirse rausnehmen, dass wir eine Energie haben? Pff. Komm, ich mach echt. Nur darauf achten, oben ist auf jeden Fall eine Kamera. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal nach rechts ausrichten. So. Oh. Haben wir noch was? Oh, geil. Ich freu mich wirklich immer, wenn ich Flammenwerfer-Munition sehe, ne? Zugangscode benötigt. Zugangscode benötigt. Oh, Gott. Und dafür brauche ich einen Ionschneider. Mhm, 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 mhm. Was haben wir hier drin? Flammenwerfer. Wie heißt das? Der steht irgendwie Flammenwerfer Nöl oder irgendwie sowas, ne? Müssen wir jetzt mal richtig durchlesen, was da steht. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das... Ja, komm, wir gehen dran. Was soll's? Keine entsprechende Datei, okay. Abwarten. Es, wir müssen die Ware auf andere Weise nach Sebastopol bringen. Waits hat die Handelsfracht unter Beobachtung und überprüft die Ambulanz-Chattel. Sagen Sie Ihren Kontakt raus, er soll abwarten. Ich kenne einen Typ namens Sinclair, der uns helfen könnte. Ich sehe nämlich nach der Zeit, als die Marshalls sich noch um echte Verbrechen kümmern musste, anstatt Geschäftsleuten das Leben schwer zu machen. Das Leben schwer zu machen, nicht das Leben. Gemini-Schließung. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehenden Schließung von Gemini beunruhigt. Ich wurde von Sexton damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sebastopol selbst 100% sicher ist. Verhandlungen mit gewerblichen Kaufinteressen sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstung und Besitz von Sexton in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Wir verfügen über eine Inventarliste. Die Marshalls werden über jeden vielen Gegenstand informiert. Das kriegen wir hin. Das ist okay. Da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen drum. 2743. Warum bin ich so laut, wenn ich gehe? Echt. Macht mich fertig. 2743. Ich mag das, wie alt die ganzen Displays aussehen. Komponente B und... So viel hatten wir dann ja offensichtlich nicht im Besitz, ne? So, jetzt muss ich nur noch mal trotzdem aufpassen. Genau, wegen der Kamera. Jetzt hat es gleich den Metal-Gesold-Vibes. Dann muss ich ja nämlich schön unter die Kamera gehen. Ist doch total unkleber von der Kamera, ist ja einfach den Sichtradius, ne? Dass man den einfach sieht. Da kommt die Karte leider nicht dran. Hätte ich jetzt gedacht, die hat mich gesehen? Nein. Aber ich frage mich trotzdem, warum tun die Androiden eigentlich nichts gegen das Alien? Soll ich ganz... Oh, Sicherheitsverstoß. Ah, mhm, mhm. Sie sind darauf programmiert, dass das Viech in Ruhe lassen. Im Umgekehrt kann ich es ja verstehen. Weil ich weiß gar nicht, ob das Alien die Androiden überhaupt wahrnimmt. Oh. Ja, da geh ich doch mal rein, ne? Das sieht doch einladend aus. Ja, komm. Machen wir trotzdem. Scheißegal. Hallo? Äh, nee. Ich komm da nicht wieder zurück, glaub ich, ne? Nee, nee. Machen wir doch erstmal die Tür da hinten auf. Ist das schon da? Hier kann ich was machen. Oh, scheiß eine Lüse-Labors. Ach, guck mal! Gut, dass ich das vorhin noch gar nicht gesehen hab. Ach, guck mal, da hinten ist es noch. Du, 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 du. Schnell, schnell einmal hin. Bevor mich die Kamera sieht. Schalalalala. Kann ich die Kamera garantiert deaktivieren. Ja. Perfekt. Äh, ich, ich hasse das, ne? Immer wenn ich da einmal drauf drücke, dann springt es einfach immer zurück. Aber der deaktiviert das nicht. Der Spacken. So. Jetzt haben wir da auch schon mal eine Sorge weniger. Ja, die Frage ist halt, gehen wir erstmal hier durch? Oder, äh, gehen wir erstmal durch den kleinen Schacht? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. So. Mach auf da Dingin. Weil da waren wir nämlich auch noch nicht. Hier ist aber nix. Waren wir da schon mal nie, ne? Oder ist das der Punkt, wo wir herkamen? Warum, was waren damit giftige Substanzen? Das verstehe ich jetzt auch noch nicht so ganz. Den Hinweis will ich dann doch nochmal durchleuchten. Hier oder wat? Ne, den nächsten Raum.